So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zu meinem Gameplay-Video zu Disney Villainous. Böse Mine zum guten Spiel. Tatsächlich spielen wir in diesem Spiel die Schurken aus den Disney-Filmen. Und zwar werde ich jetzt gleich Ursula spielen, Skipper wird Prinz John spielen, Ariel und Robin Hood. Dann haben wir hier eben noch die Herzkönigin, Malefist, Captain Hook und Jafar. Man kann das Spiel also bis zu maximal sechs Spielern spielen. Jeder Spieler sucht sich dann halt einen Bösewicht, einen Schurken raus, den er gerne spielen möchte. Nimmt sich dann dieses kleine Regelheft, nimmt sich dann dieses Tableau, was quasi das Reich dieses Bösewichtes darstellt. Jeder hat einen so einen Kartendeck, außerdem hat jeder noch einen so einen Schicksalsdeck, wo noch immer der Name draufsteht und das Zeichen drauf ist. Jeder bekommt so eine Figur, die so ein bisschen abstrakt den Bösewicht quasi darstellen soll. Und dann kann man schon los spielen. Jeder dieser sechs Bösewichte hat ein unterschiedliches Ziel. Also Ursula zum Beispiel muss den Dreizack finden, muss die Krone finden und muss beides in ihrer Höhle haben. Währenddessen Prinz John einfach nur 20 von diesen Machtchips angehäuft haben muss. Wenn man Jafar spielt, der muss die Höhle finden, wo die Wunderlampe drin ist, muss die Wunderlampe aufspielen und den Genie unter Hypnose in seinem Palast haben. Und wenn man zum Beispiel Malefist spielt, dann muss man einfach nur in jedem Ort im Königreich einen Fluch haben. Bei der Herzkönigin muss man in jedem Ort so ein Crocket-Tor haben und einen Abschlag machen. Und da ist eben auch noch ganz, ganz viel Platz für Erweiterung. Also es gibt ja noch zig andere Filme, die man dann nehmen kann. König der Löwen etc. pp. Dschungelbuch, also da geht noch so einiges. Aber ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. So, da ich Startspieler bin, bekommt Skipper einfach einen so einen Machtchip. Das ist quasi die Währung, die wir brauchen, um Karten auszuspielen. Ich habe hier mein Tableau. Hier ist halt angezeigt, dass hier ein Schloss liegt. Bei Ursula ist es so, man kann dieses Schloss hier nicht runternehmen. Man kann das Schloss immer nur zwischen diesen beiden Orten wandern lassen. So ein Schloss heißt einfach, ich kann diesen Ort nicht aktivieren. Zu Spielbeginn sollte man auf jeden Fall sich einmal sein Büchlein durchlesen. Das gibt einem nämlich einen Hinweis, was müssen wir machen. Das steht hier auch auf dem Tableau drauf. Das steht hier auch auf der Übersicht drauf, was die anderen Leute so machen müssen. Manche Schoten müssen ihr Ziel einfach nur erfüllen. Andere müssen das erfüllen und noch eine Runde halten. Das heißt, die anderen Spieler haben noch Chance, was dagegen zu tun. Und wenn man die Runde anfängt, dann hat es erfüllt alle, die so einen Stern haben. Also Prince John, Malefit, Ursula, Jafar, die haben das dann eben geschafft. Und wenn die anderen was dagegen getan haben sollten, müssen sie ja noch eine Runde länger oder vielleicht sogar zwei oder drei Runden warten, bis sie vielleicht gewinnen. Und wenn die anderen es halt geschafft haben, das zu verhindern, dann verzögert sich der Sieg halt ein bisschen. Das heißt, das sollte man immer so ein bisschen im Blick haben. Jeder sollte vor Spielbeginn auch wissen, was die anderen Leute machen. Und wie gesagt, dieses Heft einmal durchlesen, damit man so grob weiß, was man tut, ist auf jeden Fall wichtig. Wenn man die ein paar Mal gespielt hat, dann weiß man, was die machen. Aber es hilft auf jeden Fall ein bisschen zum Einstieg. Und das Schöne ist, die Spielregeln sind sehr einfach. Am Anfang ziehe ich einfach vier Karten von meinem gut gemischten Stapel. Und dann, wenn ich dran bin, muss ich einfach von einem Charakter in den Ort wechseln. Am Anfang kann ich mich einfach irgendwo hinstellen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich gehe hier hin. Und dann kann ich alle vier Aktionen, die da sind, abhandeln in der beliebigen Reihenfolge. Es kann auch später sein, durch diese Schicksalskarten, die an irgendwelche Orte gespielt werden, dass ich wenige Aktionen zur Verfügung habe. Das haben wir aber jetzt am Spielbeginn noch nicht. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, ich gehe hier hin. Da gibt es dann eben auch eine Übersicht, was diese ganzen verschiedenen Symbole bedeuten. Ich erkläre euch das natürlich. Das heißt einfach, bekomme ein Machtschipp. Also ich spiele ihn mal hier hin, damit man die Symbole auch alle sieht. Da ich jetzt hier einen Machtschipp bekomme, habe ich den jetzt. Dann darf ich eine Karte ausspielen. Das heißt, da kann ich mir jetzt meine Karten angucken und überlegen, ob ich irgendwas davon spielen möchte. Und das Schöne ist eben, die Bösewichte spielen sich wirklich alle sehr unterschiedlich. Zum Beispiel kann Ursula Helden nicht direkt besiegen. Sie muss Helden, die in ihrem Reich sind, mit so einem Knebelvertrag ausstatten, dann an den entsprechenden Ort bewegen und dann ist der Held besiegt. Aber da ich noch keinen Helden habe, bringen mir diese beiden Knebelverträge an sich jetzt noch nichts. Ich habe hier diese beiden Karten. Das eine ist ein Ereignis. Das kann ich halt quasi ausspielen und dann abhandeln. Das heißt, ich kann mir damit einen Knebelvertrag raussuchen. Na, ich habe schon zwei. Ich brauche die aktuell noch nicht, also könnte ich jetzt sagen, hier, diesen Kessel möchte ich gerne aufspielen. Den kann ich dann später aktivieren, wenn ich zum Beispiel an dem Ort hier bin und dieses Symbol aktiviere, kann ich den Text dieser Karte aktivieren und bekomme dann halt zwei Machtchips für jeden Knebelvertrag in meinem Reich. Habe ich jetzt noch nicht, werde ich aber vielleicht in der Zukunft haben. Und die Karte kann ich jetzt hinspielen, wo ich möchte. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, ich lege die hier unten an, gebe dafür diesen Machtchip aus und dann darf ich jetzt noch Schicksal spielen. Das ist dann der spaßige und interaktive Teil. Ich ziehe die obersten beiden Karten vom Schicksalstapel des Mitspielers, bei dem ich gerne Schicksal spielen möchte. Prinz John. Und jetzt habe ich hier zwei Helden gezogen. Ich kann mir überlegen, welchen dieser Helden möchte ich gerne wohin spielen. König Richard. Das heißt einfach, Prinz John kann keine Karten des Typs Ereignisses ausspielen. Das ist schon mal nicht schlecht. Und hier, wenn Tobi besiegt wird, wird er zurück in den Schicksalstapel gemischt. Das heißt, dem begegnet man immer wieder. Der hat eine Stärke von 2, der hat eine Stärke von 5. Also es ist sehr deutlich schwieriger zu besiegen. Und man kann da keine Ereignisse ausspielen, während der da ist. Ich glaube, das ist schon ziemlich nervig, dass der da ist. Das heißt, die Karte kommt jetzt hier auf den Ablageschapel. Und bei der Karte kann ich mir jetzt aussuchen, wo ich die gerne hinspielen möchte. Das Spielziel von Prinz John ist es ja, möglichst viele von diesen Machtchips zu sammeln. Also spiele ich diese Karte hier hin. Dann kann er nämlich, wenn er hier hingeht, nicht diese zwei Machtchips bekommen. Muss den erstmal besiegen. Das ist gar nicht so einfach. Dann habe ich noch diese Aktion, die heißt einfach Karten abwerfen, so viele ich möchte. Weil am Ende meiner Runde ziehe ich nur auf vier Karten wieder auf. Das heißt, ich habe jetzt eine gespielt. Ich würde nur eine Karte hier ziehen. Ich brauche aber bestimmte Karten aus diesem Deck. Und ich habe keine Ahnung, sind die ganz oben, sind die unten. Manchmal hat man Glück und hat die sogar gleich auf der Starthand. Und jetzt die Knebelverträge sind zwar schön und gut, aber ich brauche andere Karten. Hellsehen ist auch ganz nett. Also sage ich einfach, okay, ich werfe alle ab. Damit habe ich alle Aktionen gemacht. Meine Runde ist schon zu Ende. Und dann ziehe ich halt wieder auf, auf vier Karten. Das heißt, ich ziehe eins in Opportunismus, zwei noch so einen Knebelvertrag, drei eine Täuschung und vier noch so einen Knebelvertrag. Also weiterhin habe ich nicht die Karten, die ich brauche. So, dann hat Skipper seinen ersten Zug. Er hat, also macht man natürlich normalerweise schon vorher, hat auch vier Karten. Sein Ziel ist es ja, einfach 20 von diesen Machtchips zu haben. Er hat jetzt schon einen, hier im Gefängnis gibt es zum Beispiel immer drei. Das sind seine Karten. Die Nashornwache zum Beispiel, die hat gar keine Fähigkeiten. Die hat einfach nur vier Stärke, damit kann er Leute kaputt machen. Die lieben Steuern. Da kriegt man einfach einen Machtchip für jeden Helden, der sich da befindet. Das heißt, selbst wenn hier böse Leute sind, bringen die mir jetzt sogar Chips. Das ist ganz gut. Kann ich aber nicht spielen, weil es ein Ereignis ist. Genauso wie die nächste Karte. Einsperren, ziehe einen Helden ins Gefängnis. Wenn Helden hier sind, nerven die ja, weil ich kann die Aktionen nicht durchführen. Hier machen die einfach nichts. Das heißt, ich möchte eigentlich, dass meine Helden hier sind, dass die ins Gefängnis kommen. Passt also auch thematisch sehr schön. Das ist halt das, was ich schon sagte. Die spielen sich alle unterschiedlich und alle spielen wirklich so ein bisschen die Geschichte ihres Films nach. Aber kann ich auch nicht spielen, weil es ein Ereignis ist. Ich muss erstmal den hier platt machen. Mit feinem Bogen kann ich einen Helden verstärken. Das ist also schon mal gar nicht so schlecht. Also ich glaube, ich möchte auf jeden Fall die Nashornwache gerne ausspielen. Das heißt, ich kann sagen, die kostet natürlich auch Geld. Aber ich möchte eigentlich, glaube ich, gerne den Richard loswerden. Das heißt, ich gehe mal hier ins Gefängnis, mache jetzt die Aktionen, die da stehen. Das heißt, ich bekomme drei Schütze. Und dann würde ich gerne die Nashornwache ausspielen. Aber ich muss Karten immer an den Ort spielen, wo ich bin. Das heißt, da bringt die mir gerade nichts. Ich habe zwar hier die Fähigkeit, die Leute zu bewegen. Aber das möchte ich vielleicht auch irgendwie anders hinbekommen. Also es ist jetzt schon so ein bisschen die Entscheidung, was mache ich. Wenn ich gar keine Karte spiele, ist das ziemlich doof. Ich könnte aber nächste Runde hier hingehen, die da ausspielen und mache dann aber leider sonst nichts. Das heißt, ich könnte vielleicht tatsächlich mal sagen, okay, ich spiele die Nashornwache hier und ziehe die halt später hier mit rüber. Das dauert allerdings auch ganz schön lange. Man hat schon so ein paar knifflige Entscheidungen. Skipper sagt einfach mal, okay, er spielt gar nichts. Das Schöne ist auch bei Prinz Jon, der braucht keine bestimmten Karten. Der braucht einfach nur Geld. Das heißt, der kann die jetzt abwerfen, gucken, was er so nachzieht. Einen goldenen Pfeil. Ja, da kriegt man halt zwei Machtschiffe mit dem Handlanger dann. Einen Helden besiegt. Und der kostet auch noch null. Das ist schon gar nicht so schlecht. Und Nutzi. Die Stärke aller anderen Handlanger am Ort für Nutzi erhöht sich um eins. Das ist also schon ganz nett. Also Prinz Jon kann eigentlich immer was machen in seinen Zügen. Daher ein optimaler Einstiegsheld. So, dann bin ich schon wieder dran. Ich kann mal gucken, was ich machen möchte. Meine Karten sind halt ein bisschen doof. Knebelverträge kann ich nur spielen, wenn ich Helden habe. Da noch keiner Schicksal bei mir gespielt hat. Bringt mir das nichts. Täuschung bringt mir nur was, wenn ein Mitspieler sechs Machtchips hat. Und Opportunismus. Da kann ich halt meinen Bösewicht-Ablage-Stapel nach einer Karte des Typs Gegenstand oder Ereignis durchsuchen. Und das dann auf die Karte auf die Hand nehmen. Und ja, bringt mir eigentlich... Also diese vier Karten bringen mir aktuell alle gar nichts. Also das Einzige, was ich tun kann, um meinem Spielziel näher zu kommen, hier hin zu gehen. Heißt ja, Karten aufspielen. Hier kann ich dann zwei Karten an diesem Ort spielen. Ich bekomme drei Machtchips, weil das hier steht. Und hiermit kann ich wie du ich viele Karten abwerfen. Also werfe ich mal wieder alle Karten ab. Meine Runde ist beendet. Ich ziehe eine Täuschung nach. Den Strudel, einmal den Jetsam und Gestaltwandel. Mit Gestaltwandel kann ich hier das Schloss hin und her wandern lassen. Das heißt, ich kann eine Aktion machen, die da sind. Aber jetzt so wirklich was gebracht hat mir das jetzt auch noch nicht. So, dann ist Skipper dran. Skipper geht jetzt hier hin. Er kann jetzt hier eine Karte aufspielen, zum Beispiel die Nashornwache. Die kostet drei Chips. Ist natürlich ein bisschen doof, weil er braucht natürlich ganz viel Geld. Man muss aber natürlich trotzdem ein bisschen investieren, damit hinten raus dann auch einiges reinkommt. Jetzt hat er eine Stärke von vier. Das heißt, er kann für diesen einen Machtchip jetzt noch Pfeil und Bogen aufspielen. Den schiebt er dann einfach hier unten dran. Und damit erhöht sich der Wert auf fünf. Dann könnt ihr noch sagen, okay, er will den goldenen Pfeil ausspielen. Wenn er mit diesem Handlanger einen Helden besiegt, dann erhält er dafür einfach zwei Machtchips. Also ein bisschen Cashback kommt dann auch hier drunter. Es können auch beliebig viele Sachen hier an diesem Ort liegen. Und jetzt möchte ich natürlich gerne, oder Skipper möchte gerne gegen König Richard kämpfen und den mit der Nashornwache besiegen. Das geht aber nicht. Dieses Symbol hier heißt, dass irgendwelche Handlanger gegen irgendwelche Helden kämpfen. Dann werden die besiegt. Also nächste Runde muss Skipper dorthin gehen. Er könnte jetzt noch Gegenstände bewegen, nur die hier unten liegen. Wenn da so ein Blitz drin wäre in der Wolke, das hat Skipper gar nicht, dann könnte er damit Helden bewegen. Das heißt, auch er zieht jetzt wieder nach, zieht Trigger. Der erhöht halt auch die Stärke von einem Handlanger. Es gibt Wolf-Bogen-Schützen. Führst du die Aktion Helden besiegen aus, darfst du mit den Wolf-Bogen-Schützen-Helden. Und nochmal Wolf-Bogen-Schützen. Die kosten zwei, haben eine Stärke von zwei, haben noch einen Effekt. Gucken wir uns gleich mal näher an. So, bei mir hat leider noch niemand Schicksal gespielt. Das heißt, immer noch ist es so, dass mir viele Karten nichts bringen. Ich brauche halt bestimmte Karten. Das heißt, ich gehe einfach mal wieder hier hin, bekomme so einen Macht-Chip, kann eine Karte aufspielen. Da würde ich jetzt diesen Jet-Sum oder Jet-Sum, wie man auch immer ihn nennt, aussprechen. Kostet zwei Macht-Chips. Ich habe Arielle das jetzt mal vor, ich glaube 20 Jahre oder so geguckt. Und den kann ich jetzt halt aktivieren und einen Helden, der dort liegt, zu einem anderen Ort bewegen. Das heißt, jetzt kann ich noch weiter Karten ablegen. Da sage ich mal, ich möchte gerne alle Karten ablegen. Und darf noch einmal Schicksal spielen. Heißt also, ich ziehe hier wieder zwei Karten. Auch Robin Hood, das klingt schon mal gut. Immer wenn Prinz John für ausgespielte Karten und Aktionen Macht-Chips erhält, erhält er einen weniger. Oder hier, nimm vier Macht-Chips, von den Reichen stehen, von Prinz John und lege ihn auf einen Helden in seinem Reich. Der erste, der besiegt ist, dann kriegt er die wieder zurück. Das heißt, wenn jetzt Prinz John schon Chips hätte und er hätte meinetwegen irgendwie 18 Stück und würde gleich gewinnen, könnte ich sagen, hier, ich spiele das, nehme vier Chips weg, lege die auf König Richard und dann muss halt erstmal König Richard besiegt werden. Also jetzt kann ich sagen, okay, ich spiele mal Robin Hood hier hin, weil jetzt kann eben Prinz John oder Skipper auch keine Schicksalsaktionen mehr machen. Zumindest nicht hier. Das hier unten kann ich nicht verhindern. Und die andere Karte wird einfach wieder abgelegt. Also hat er jetzt schon gut was zu tun. Problem ist nur, dass er eben auch meistens noch Geld dafür bekommt, wenn er Helden besiegt. So, dann bin ich dran. Ich hätte erstmal gerade noch vier Karten nachziehen dürfen. Da ist der Riesenwuchs, der Knebelvertrag, der Strudel. Das ist übrigens auch, um den Fazit schon mal ein bisschen vorwegzugreifen, ein bisschen das Problem bei dem Spiel. Es kann sein, dass die Karten, die ich brauche, hier ganz unten sind. Dass die letzten beiden Karten sind. Und irgendwer anders kann die Karten, die er braucht, falls es ein Böswicht ist, der Karten braucht, der kann die schon auf der Starthand haben. Also das ist tatsächlich so ein kleines Problem. Das heißt, das kann ich gucken. Riesenwuchs, da kann ich halt eine Aktion an einem Ort ausführen, an einem benachbarten Ort. Selbst wenn da so ein Schlosschip liegt. Das heißt, Strudel kann ich den Helden wegziehen. Ich habe noch keinen. Gestaltband ist auch doof. Also gehe ich wieder hier rüber, darf eine Karte ausspielen. Das Spiel, also erstmal hole ich mir für drei Machtchips. Geld ist für mich halt nur gut, um Karten auszuspielen, mehr nicht. Dann kann ich hier eine Karte ausspielen. Dann sage ich mal hier, ich mache den Riesenwuchs, ein Ereignis. Dafür gebe ich einen Machtchip wieder aus. Und jetzt darf ich eine verfügbare Aktion an einem benachbarten Ort ausspielen. Auch wenn da ein Schlüsselsymbol liegt. Also hier liegt das Symbol. Das heißt, ich könnte jetzt hier sagen, ich spiele nochmal Schicksal. Also ziehe ich mal wieder zwei Karten. Skrippy und von den Reichen stehen. Von den Reichen stehen bringt er gar nichts, weil er hat noch gar kein Geld. Es kann übrigens auch vorkommen, dass er hier Schicksalskarten zieht und beide sind irgendwie... Ich hätte zweimal von den Reichen stehen ziehen können. Hätte ich gesagt, ach, doof bringt mir gar nichts. Also kann ich die gleich abwerfen. Skrippy, Prinz John kann keine Wolfbogenschützen einsetzen, um Skrippy zu besiegen. Boah, das ist ja gar nicht so schlecht. Das heißt, da könnte ich jetzt nochmal sagen, den spiele ich hier. Jetzt habe ich Skipper natürlich maximal geschwächt, weil jetzt kann er hier nicht die oberen Aktionen durchführen. Hier nicht, da nicht. Hier ist es egal. Das heißt, ich will auch eigentlich nur an die drei Orte das Ganze spielen. So, ich dürfte jetzt noch eine weitere Karte ausspielen, aber bringt mir eigentlich gar nichts. So ein Gestaltwandel behalte ich mal sicherheitshalber auf der Hand, schmeiße die Knebelverträge weg und dann ziehe ich Karten nach. Ich kann jetzt auch nicht Karten nachziehen und dann nochmal eine Karte spielen. Ich mache erst diese Aktion, dann ist meine Runde vorbei und dann ziehe ich Karten nach. Und ja, mal gucken, wo die wichtigen Karten kommen. So, Prinz John ist dran. Der geht einfach mal hier rüber, sagt jetzt, er aktiviert seinen Handlanger. Der hat eine Stärke von 4, plus 1 sind 5. Der hat auch eine Stärke von 5, das heißt, König Richard ist besiegt. Aber auch meine Handlanger sind leider besiegt und kommen weg. Ich kriege trotzdem die zwei Machtschips, weil ich halt einen Helden damit besiegt habe. Aber die sind jetzt erstmal raus. Also bin ich jetzt so als Skipper natürlich wieder ein bisschen geschwächt. Wenn man an einem Ort steht und die Aktionen werden dem Zug wieder frei, kann man die dann auch trotzdem noch benutzen. Das heißt, jetzt kann ich noch eine Karte ausspielen. Ich habe ja zwei Geld. Ja, ich kriege natürlich einen Machtschip weniger, weil Robin Hood dafür sorgt, dass ich weniger bekomme. Der nimmt es von den Reichen und gibt es den Arm. Das heißt, Skipper kann jetzt auch nichts machen. Das war so ein ganzer Zug. Ja, und ihr seht schon, da bei mir jetzt kein Schicksal gespielt wird, was ein Zwei-Personen-Spiel durchaus mal passieren kann, habe ich ein sehr aufregendes Spiel. Ich gehe einfach wieder hier rüber, bekomme noch einen so einen Machtschip, kann Karten abwerfen, kann eine Karte spielen. Das heißt, ich könnte sagen, ja, einfach um Karten, ja, ich brauche nicht mal Karten loswerden, ist eigentlich egal. Das heißt, ich spiele von den Karten gar keine. Ich werfe diese drei Karten alle wieder ab in dieser Aktion und spiele nochmal Schicksal. So, Verkleidung als Gegenstand und Alan von Dale, da erhöht sich einfach die Stärke aller anderen Helden um eins. Ich spiele einfach mal die Verkleidung aus. Die spiele ich unter Robin Hood und der ist jetzt verkleidet. Das heißt, er kann nicht besiegt werden, außer Prinz John gibt zwei Machtschips aus, um die Verkleidung abzulegen. Die Karte kommt wieder weg. Ja, und dann ziehe ich mal wieder Karten nach. Arme Seelen in Not, Strudel und Gestaltwandel. Also ich habe das jetzt nicht, ich habe einfach die Karten gemischt und da hingelegt. Es kommt einfach nicht das, was ich brauche, ne? 13 im Kronen. Das Einzige, was Ursula interessiert, ist es, diese Karten zu bekommen, plus vielleicht Leute zu besiegen, die hier hingelegt werden. Aktuell werden da aber keine Leute hingelegt. Also ist Prinz John mal wieder dran. Prinz John braucht Geld, also geht der Hirn. Bekommt drei Geld. Ich nehme hier mal nur eins, weil ich jetzt gleich die Wolfsbogenschützen ausspiele und die hier hinlege. Und die anderen Karten finde ich eigentlich alle ganz gut. Ich möchte, muss auf jeden Fall die Leute hier besiegen. Das heißt, ich werfe mal nichts ab und ziehe einfach mal eine Karte nach. Die Lieben steuern. Auch schön. So, ihr könnt ja mal überlegen, was Ursula jetzt macht. Ursula geht hier rüber, bekommt drei Machtchips, darf bis zu zwei Karten spielen. Hier kann man den Schlosschip von da nach da wandern lassen. Die Karte habe ich zweimal. Hier kann ich einen Helden zu einem belieben Ort ziehen. Ich habe keinen. Hier auch. Ich schmeiße einfach diese drei Karten wieder weg. Ziehe die Karten nach. Jetzt wird... Ja. Es sind nicht mehr viele Karten. Leider haben zwei Karten zusammengeklebt, deswegen ist die eine hier ein bisschen beschädigt. Aber ja, das ist so maximal doof gelaufen, gerade für Ursula. Ich könnte schon viel, viel weiter sein, wenn die Karte einfach viel früher gekommen wäre. So, und Skipper kann jetzt hier rüber gehen, bekommt zwei Machtchips, man sollte sich die Bogenschützen mal durchlesen. Das sind ja tatsächlich Fernkampfer. Äh, Fernkampfer, er kann jetzt bis zu zwei Karten ausspielen. Also hier, den für zwei, die Bogenschützen. Die können tatsächlich auch Helden an einem benachbarten Ort besiegen. Das heißt, ich habe Robin Hood jetzt in die, äh, ja, Mangel genommen. Und dann könnte ich noch sagen, hier, die lieben Steuern, du erhältst einen Machtchip für jeden Helden, der sich in deinem... Ja, naja, ich kriege halt insgesamt auch nur einen Machtchip. Das macht aktuell noch nicht so viel Sinn, weil halt Robin Hood da noch ist. Skipper könnte aber sagen, er gibt zwei Machtchips aus und legt damit die Verkleidung ab. Dann kommt die weg. Damit kann jetzt Robin Hood besiegt werden, hat eine Stärke von 5. Hier habe ich schon eine Stärke von 2. Das heißt, hier muss nur noch ein Held mit einer Stärke von 1 hingespielt werden. Man könnte jetzt noch, ähm, Leute bewegen oder noch was aufspielen, aber, ne, kein Geld. Also war's das. So, ich bin ganz happy, weil ich weiß, die Karten, die ich brauche, kommen jetzt auf jeden Fall gleich. Das heißt, ich gehe hier hin, äh, spiele hier, oder kriege ich jetzt... Also Machtchip, dann kann ich eine Karte ausspielen. Möchte ich aber eigentlich gar nicht. Wir schmeißen nur diese beiden Karten ab, würde am Ende meines Zuges diese beiden Karten ziehen. Das mache ich jetzt schon mal. Hey, sehen, Riesenwuchs ist es immer noch nicht das, was ich brauche. Und kann noch einmal wieder Schicksal spielen. Davon ist, äh, Prinz John schon ganz genervt. Von den Reichen stehen. Prinz John hat echt wenig Geld gerade. Und Lady Gluck kann weder beim Gefängnis angelegt, noch zum Gefängnis gezogen werden. Und dann eine Stärke von 6. Das ist doch mal easy peasy. Ähm, spiele ich dann auch einfach mal. Hier hin. Und dann ist tatsächlich Skipper auch schon dran. Er hätte gerade noch eine Karte nachziehen dürfen. Eine Falle stellen. Du darfst einen Handlanger zu einem beliebigen Ort ziehen. Führe danach die Aktion einen Helden besiegen aus. Das ist nicht so schlecht. Ich habe jetzt auch... Also Skipper hat jetzt leider gerade kein Geld. So, Skipper muss jetzt im Prinzip hier rüber gehen. Drei Machtchips bekommen. Und dann, ähm, Helden ausspielen. Zum Beispiel Trigger spielt ihn hier hin. Der kostet 2, hat eine Stärke von 4. Ist es natürlich ein bisschen doof, weil wenn ich diese Aktion wähle, dann könnte ich jetzt nur mit dem Bein angreifen. Mit dem nicht, weil der einer mal an Ort liegt. Also müsste ich ja eine Theorie. Erstmal hier hingehen gleich. Dann den hier rüber bewegen. Und dann in der nächsten Runde dahin gehen. Und dann den Helden besiegen. Also ihr seht, Prinz John kommt gerade nicht so wirklich zu seinem Geld. Aber, da es die Karte eine Falle stellen gibt, kann ich das mit einer Aktion machen. Ja, ihr ahnt es. Man geht mal wieder hier rüber. Vielleicht spiele ich das auch gerade vollkommen falsch. Das ist das Einzige, was mir wirklich sinnvoll erscheint. Erhalte Machtchips. Kann jetzt eine Karte spielen. Zum Beispiel den Riesenwuchs. Das heißt, für einen darf ich hier wieder eine Aktion ausführen. Zum Beispiel Schicksal. Also wenn hier wieder zwei Karten gezogen. Bruder Tuck und Little John. Hier würde man wieder Machtchips drauflegen. Das heißt, ich könnte einfach mal sagen, okay, den spiele ich auch noch hier. Und dann ist auch noch ein böser Held. Und schon er bringt John richtig, oder halt ein guter Held, ne, für den bösen Menschen. Schon er bringt John richtig was zu tun. Das ist gar nicht so gut für ihn, weil so kommt er überhaupt nicht an Geld. So, ich werfe dann diese beiden Karten noch ab. Darf jetzt wieder auf vier aufziehen. Da ist der Dreizack, hier ist die Krone. Da hat jemand vielleicht auch einfach schlecht gemischt am Ende. Und dann bekomme ich noch diese Karte Arroganz. Kann davon keiner ausspielen. Ich muss jetzt quasi, wenn ich später dran bin, den Dreizack ausspielen. Dann suche ich aus dem Schicksalsstapel König Triton raus. Muss den halt besiegen. Dann, weil wenn der Dreizack ausgespielt wird, kriegt König Triton den. Der liegt da oben. Sobald König Triton besiegt ist, kommt der Dreizack wieder runter. Und ich kann nur gewinnen, wenn sich sowohl Dreizack als auch Krone im unteren Bereich befinden. So, hier muss noch eine Karte nachgezogen werden. So, und jetzt geht es hier rüber. Dann wird eine Karte ausgespielt. Und zwar eine Falle stellen. Kostet eins. Du darfst einen Handlanger zu einem beliebigen Ort ziehen. Ihn hier hin. Führe danach die Aktion einen Helden besiegen aus. Das heißt, er hat eine Stärke von 4. Die beiden könnten auch hier benachbart angreifen. Also kann ich einfach mal sagen, okay, ihr greift mit an. Habe ich eine Stärke von 2, 4, also 6. Und besiege dann ihn. Und dann kommt er endlich weg. Und die beiden hier werden auch abgelegt. Die haben sehr erfolgreich gekämpft. Und dann sind hier noch die Aktionen hier oben frei geworden. Das heißt, endlich gibt es ein Geld. Und endlich kann auch Skipper mal Schicksal spielen. Das heißt, mal gucken, was es hier bei Ursula so gibt. König Triton und Max. Das ist doch super gut. Da Skipper natürlich weiß, dass ich jetzt mein ganzes Deck durchgespielt habe und König Triton gleich selbst spielen muss, wird er natürlich Max spielen. Legst du Max an Ursula das Ort an, darfst du ihre Spielfigur an einem beliebigen Ort bewegen, wo kein Schlosschip ist. Das heißt, der könnte jetzt hierhin gespielt werden. Und dann kann sich Skipper halt überlegen, welche Aktion soll Ben nächste Runde nicht machen können. Das heißt, er kann sagen, hierhin. Weil dann muss er hier weggegangen werden. Das heißt, es kann kein Schicksal ausgeführt werden. Also kommt König Triton auf den Ablagestapel. Das waren alle Aktionen. Also bin ich wieder dran. Geldprobleme habe ich aktuell gar keine. Das heißt, ich könnte jetzt einfach sagen, okay, ich spiele diesen Dreizack aus. Der kostet mich vier Machtchips. Er sagt, sobald du den Dreizack aufspielst, suchst du König Triton und legst ihn im oberen Bereich an diesem Ort an. Rührst du König Triton mit dem Dreizack aus. Besiegst du König Triton, kehrt der Dreizack in den unteren Bereich deines Reiches am selben Ort zurück. Möchte Ursula einen Klebevertrag oder Ereignis aufspielen, das König Triton betrifft, muss sie einen zusätzlichen Machtchip zahlen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie besiege ich diesen König? Ich muss ihn mit einem Klebevertrag ausstatten. Habe ich gerade nicht auf der Hand, aber ich kann ja Karten aufspielen. Die Sachen kommen hier drüber. Das heißt, ich kann jetzt immer noch die Aktion machen, Karten abwerfen und Schicksal. Also werfe ich einfach mal Arroganz ab und spiele dann mal wieder Schicksal. Das kann Ursula ziemlich oft machen. Made Marion. Und sobald sie besiegt wird, suchst du Robin Hood und legst ihn in den selben Ort an. Ja, das mache ich einfach mal. Ach so, sobald sie besiegt wird. Das heißt, kommt wieder hier hin und Robin Hood kommt dann später da wieder hin. Gerade super nervig für Prinz John. Also in der Partie, die wir mit mehreren Spielern gespielt haben, war Prinz John der, der sich so easy runtergespielt hat. Aber wenn man halt ständig beim Schicksal spielt, dann bremst ihn das ganz schön aus. So, ich muss jetzt Karten ziehen. Da der Stapel leer ist, wird der einfach gut gemischt. Und dann hoffe ich mal, dass ich jetzt irgendwie Knebelverträge ziehe. Weil, ne, jetzt ist es wieder so. Ich brauche bestimmte Karten. Ich brauche Knebelverträge. Die sind relativ oft im Deck, aber muss man jetzt auch erstmal ziehen. Mit Pech mische ich die jetzt komplett nach unten. Und schauen wir mal. So, also. Kein Knebelvertrag. Knebelvertrag. Sehr gut. Den kann ich jetzt, wenn ich den damit ausrüste, muss ich ihn zum Palast rüberziehen, damit er dann besiegt ist. Das dauert also noch ein bisschen. Das eigene Stier kommt ja auch schon. Weg. Hier wird noch eine Karte nachgezogen. Ja, diese Haftbefehle sind auf jeden Fall ganz nice. Ich habe ja jetzt einen Machtchip. Jetzt gehe ich mal hier rüber. Bekomme drei Machtchips. Spiele eine Karte aus. Die lieben Steuern. Du hältst einen Machtchip für jeden Helden, der sich in deinem Reich befindet. Zwo, vier nochmal oben drauf. Und damit habe ich jetzt zwei, vier, sechs, acht. Bin also von einem auf acht Machtchips in einer Runde hoch. Und das ist ungefähr ein Drittel vom Sieg. Die Karte hat auch nicht mehr was gekostet. Die kommt weg. Jetzt kann ich überlegen, ob ich hier von... Boah, die möchte ich eigentlich schon gerne behalten. Na, nutze ich vielleicht nicht. Den darf ich ja abwerfen. Normalerweise darf man gesagt nicht abwerfen, nur wenn das Symbol da ist. Ziehe zwei Karten nach. König Richards Krone. Ausspielen von Karten kostet einen Machtchip weniger. Sehr gut. Und eine Nashornwache. Damit kann ich hier gleich noch ein bisschen aufräumen. Kostet mich... Muss ich gucken, ob ich nicht vielleicht einfach auch auf andere Art und Weise weiter Geld sammle. So, dann kann ich jetzt rüber gehen. Bekomme einen Machtchip. Dann kann ich eine Karte ausspielen. Zum Beispiel dir. Knebelvertrag. Du hast deinen Helden für zwei Machtchips mit einem Knebelvertrag aus. Der darf sich dafür nicht im Palast befinden. Sobald er im Palast ist, ist er besiegt. Das heißt, der kommt hier hin. Dann kann ich eine Karte aktivieren. Zum Beispiel Inia ziehe einen Helden von Jetslands Ort zu einem benachbarten Ort ohne Schlosschip. Das heißt, der wandert jetzt einfach mal hier rüber. Schon mal ein Dichter dran. Da, wo er eigentlich hin soll. Und Max bleibt hier auch noch liegen. Und dann könnte ich noch eine Karte ausspielen. Möchte ich aber gerade gar nicht. Ich möchte eigentlich einfach nächste Runde zum Beispiel, keine Ahnung, hier hingehen. Einen Machtchip bekommen. Einen Gestaltwandel ausspielen. Den Schip hier rüberziehen. Nächste Runde dorthin gehen. Den Helden dahin bewegen. Dann ist er besiegt. Und dann muss ich den Dreistag noch von hier ganz hier rüber bewegen und danach die Krone ausspielen. Das ist jetzt also ein reines Geduldsspiel. Ich nehme Vertrag für Küsten nachgezogen. Das bringt mir gerade nicht so viel. So liegen jetzt zwar ein paar Helden rum, das ist aber begrenzt nervig. Ich spiele hier einfach mal einen Haftbefehl hin für eins. Immer wenn hier jetzt ein Held noch hingelegt wird, dann, oder ich spiele ihn vielleicht mal lieber. Nein, ich spiele ihn doch hier hin. Dann bekomme ich dafür zwei Machtschutz. Also dann kriege ich halt noch Geld dafür. Das ist schon nicht so schlecht. Und dann spielt Skipper noch einmal Schicksal und zieht diese beiden Karten. Schnafblatt rüstet den Helden mit Schnafblatt aus. Wenn er mit Knebelvertrag ausrüstet werden will, muss dafür drei Machtschutz mehr bezahlt werden. Naja. Oder hier rüstet den Helden mit Dingelhopper aus. Jedes Mal, wenn sich Ursula in diesem Ort bewegt, verliert er einen Machtschutz. Beides nicht so schlimm. Wird auch wieder hier der König Triton mit ausgerüstet. Die Karte kommt auf den Ablagestapel. Und das waren alle Aktionen dort. Das heißt, jetzt bin ich dran. Wie gerade gesagt, gehe hier rüber, kriege ein Machtschutzspiel für einen Machtschutz diesen Gestaltwandel aus. Schiebe das Ding hier rüber. Das muss auch nachher wieder weg. Das ist ganz schön doof. Darf einmal Schicksalsspiel und Karten abwerfen. Da werfe ich mal einfach die beiden Karten ab. Und von den Reichen stehen, nehme vier Machtschutz von Prinz John. Also vier Stück. Das ist schon mal ganz gut. Und lege die auf einen Helden in seinem Reich. Wenn der besiegt ist, dann hält er die Machtschutz zurück. Lege ich mal auf Lady Marion. Die ist zwar am leichtesten zu besiegen, aber dann kommt Robin Hood nach. Das heißt, das habe ich ausgespielt. Die anderen kommen jetzt auch wieder weg. Ziehe dann Karten nach. Ein Strudel. Ziehe einen Helden zu einem beliebigen Ort. Das ist eigentlich ganz gut. Aber kann ich so oder so. Ja, zweimal gezogen. Arroganz. Also ist wieder Prinz John dran. Prinz John geht mal hier rüber. Spielt jetzt für drei hier die Nashornwache aus. Dürfte jetzt noch was verschieben. Möchte aber nicht. Hatte schon wieder kein Geld. Also von acht auf null runter. Wobei hier vier liegen. Und zieht eine Karte nach. Eine Einschüchterung. Führe die Aktion einen Helden besiegen aus. Der für eingesetzte Handlangen kommt nicht auf eine Ablageschlappe. Uh, guck mal. Hätte ich diese Karte vorgezogen, wäre mein Spiel auch komplett anders gelaufen. Wenn ich jetzt noch krasse Leute liegen. Hätte viel schneller Helden besiegen können. Hätte viel mehr Geld. Wäre vielleicht schon lange fertig. Ach, hier darf ich nicht mal Karten aus. Ich gehe hier mal rüber. Bekomme zwei Machtchips. Dann darf ich einen Helden hier rüber ziehen. Ich ziehe zum Beispiel ihn hier rüber. Dann ist nur noch Max hier. Jetzt ist der König Trithorn im Palast. Das heißt, dieser Knebe-Vertrag besiegt ihn. Das heißt, der kommt weg. König Trithorn wird abgelegt. Der Dreizack kommt hier wieder runter. Und der Ding und Hopper wird auch abgelegt. Damit habe ich das jetzt schon mal erfüllt. Muss jetzt halt noch den Dreizack hier rüber bewegen. Was ich jetzt tun kann. Ich kann auch das aktivieren. Kann also den Gegenstand hier hin bewegen. Darf ich leider keine Karte ausspielen. Aber noch einmal Schicksal spielen. Also kann ich Prinz John mal wieder nerven. Sodass er keine Lust hat. Wenn die Reichen stehen, bringt gerade nichts. König Richard. Oh ja. Wir sind schon einmal durch den Stapel durch. Das heißt, die ganzen Sachen kommen wieder. Und der kommt dann einfach mal auch hin. Ich habe keine Ahnung, wie Prinz John das packen soll. Aber wird das sicher irgendwie schaffen. Da ich noch keine Karte gespielt habe, ziehe ich auch keine nach. Aber ich muss jetzt halt noch zweimal diese Aktion hier triggern. Den Palast freischalten. Hier die Krone ausspielen. Dann habe ich gewonnen. Ist jetzt also auf jeden Fall absehbar für mich. Ganz anders bei Prinz John. Den ich wahrscheinlich auch einfach fürchterlich falsch spiele. Aber er hat echt kein Geld gerade. Also das wären wir daraus. Da gerade hier super viele Helden sind. Einfach schnell durch diesen Stapel durch. Und die Steuern ganz oft bekommen. Dann gewinnt sich das quasi von alleine. Von daher ist das eigentlich alles ganz easy. Dann gehen wir mal hier rüber. Bekommen drei Machtchips. Dürfen eine Karte aufspielen. Zum Beispiel die Wolfsbogenschützen für zwei. Und dann Karten abwerfen. Ich glaube, der werfe ich einfach mal alle ab. In der Hoffnung, dass ich Steuern nachziehe. Die lieben Steuern. Sehr schön. Da sind sie. Das sind gleich zwei, vier, fünf Geld auf jeden Fall. Hier kann ich noch einen Helden ins Gefängnis ziehen. Das ist auch ganz gut. Also es war alles nervig. Aber läuft. Apro nervig. Ich brauche jetzt diese Karte, um den Chip hier rüber schieben zu können. Habe ich aber nicht. Also muss ich jetzt erst was anderes machen, bevor ich wieder hier hingehen kann. Und diese Aktion aktivieren kann. Also ihr erahnt es. Das machen wir. Wir schmeißen Karten weg. Gehen also hier hin. Kommen ein Machtchip. Können eine Karte aufspielen. Nö. Wollen wir eigentlich nicht. Werfen drei Karten ab. Spielen mal wieder Schicksal. Ein Gegenstand. Und ein Ereignis. Nimm vier Machtchips von Prinz John. Er bringt gerade gar nichts. Deswegen kommt das mal hier weg. Und wir legen die Verkleidung mal unter Little John. Dann ziehen wir wieder Karten nach. Optimismus. Da bekomme ich jetzt halt diese Karte auf jeden Fall gleich wieder auf die Hand. Weil das ja ein Ereignis ist. Das heißt, das ist safe. Das ist schon mal gut. Ja, doof. Das ist natürlich kein Ereignis, so gespielt werden können, solange König Richard da liegt. Aber gehen wir doch einfach mal hier rüber. Wir haben zu wenig Geld. Äh, gerade gar kein Geld. Das ist tatsächlich ein bisschen doof jetzt. Also geht es nur hier rüber gehen. Die Karte da rüber schieben. Und dann kann ich den gleich nächste Runde besiegen. Und dann meine schönen Ereignisse ausspielen. Hm, jetzt gerade gar nichts. Deswegen ziehe ich auch nichts nach. So, ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Darf eine Karte bewegen. Schiebe zum Beispiel mal den hier rüber. Bekomme zwei Machtchips. Darf einen Helden bewegen. Erstmal spiele ich Schicksal. Und danach bewege ich den Helden zum Beispiel hier rüber. Gucken, was ich ihm hier wieder Böses tun kann. Und dann die Stärke aller anderen Helden erhöht sich um ein. Tut's doch ganz gut. Für Tobi besiegt mich ich ihn zurück. Da spiele ich mal Alan von Dale hier hin. Und jetzt ist Prinz Jon echt gut mit Schicksalskarten zugekleistert. Gut, das war aber auch schon mein ganzer Zug. Da ich keine Karten ausspielen konnte, ist Skipper wieder dran. So, Skipper geht jetzt hier rüber. Skipper bekommt drei Geld. Darf eine Karte ausspielen. Oh ja, das ist doch ganz nett. Das heißt, gebe ich hier drei Geld aus. Ich spiele den Sheriff von Nottingham wieder hin. Und den kann ich jetzt immer, wenn ich dran bin, zu Spielbeginn, den Sheriff irgendwo hinziehen. Wenn da ein Held ist, was eigentlich immer der Fall ist, gibt es einfach einen Machtschip. Das heißt, in drei Runden bin ich bei Plus-Minus-Null. Ab da mache ich jede Runde Plus mit dem. Darf alle meine Karten abwerfen. Ja, komm, die beiden kommen mal weg. Ich ziehe wieder nach. Nase und Wache, Gier. Du kannst diese Karte ausspielen, sobald einer der Mitspieler in seinem Spielzug sechst oder mehr Machtchips besitzt. Du hältst drei Machtchips. Das ist auch schon mal ganz gut. Das kann ich dann einfach gleich machen. Und Feigheit. Du kannst die Karte ausspielen, sobald einer deiner Mitspieler drei oder mehr Handlanger hat. Du darfst einen Handlanger ausspielen, ohne ihn zu bezahlen. Okay, das wird in dieser Partie selten passieren. Bei mehr Spielern triggert das natürlich deutlich häufiger. Gut, dann gehe ich mal hier rüber. Bekomme drei Machtchips. Du darfst zwei Karten ausspielen. Eine ist der Opportunismus für eine Karte. Da darfst du einen Ablagestapel nach einer Karte durchsuchen. Dann darf ich noch eine Karte ausspielen. Da spiele ich Gestaltbande für eins. Ziehe den Schlosschip entweder zu Ursulas Höhle oder zum Palast. Das heißt, der kommt jetzt wieder hier rüber. Der Ort ist jetzt wieder frei für mich. Ich kann Karten abwerfen. Schmeiße ich mal die beiden weg. Ziehe diese drei Karten nach. Also Zügel können auch, glaube ich, wenn man sie nicht noch erklärt, ich kann es ja die ganze Zeit hul sehr, sehr schnell gehen. So, er muss jetzt hier rüber gehen. Muss das aktivieren mit dem Helden besiegen. Kann halt diese beiden Helden benutzen. Dann bekommt er auf eine Stärke von sechs. Auch wenn der ja um eins erhöht ist, hat der halt auch eine Stärke von sechs. Also das König Richard erstmal weg. Die Nashornwachen sind weg. Also können jetzt wieder Ereignisse ausgespielt werden. Zum Beispiel die lieben Steuern. Du hältst einen Machttrip für jeden Helden, der sich in deinem Reich befindet. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist doch ganz solide. Sind drei, fünf. Hier habe ich ja auch vier, den muss ich nur besiegen. Da bin ich schon bei neun, beziehungsweise zehn. Also das läuft hoffentlich jetzt irgendwann. Mehr Karten können nicht ausgespielt werden. Bedingungen, das haben wir ja nicht. Aber das hier kann ich noch machen. Hier, du kannst diese Karte ausspielen, sobald dein Mitspieler sechs oder mehr Machtchips besitzt. Also bekomme ich dafür auch nochmal drei. Also sind das schon mal neun. Dreizehn. Einmal noch Steuern. Das läuft. Zieht wieder Karten nach. Eine Falle stellen. Und nochmal Gier. Das sollte auch gleich nochmal klappen. Das sind nochmal wieder drei Gratis Machtchips. Also das kann auch gut laufen. Die Karten müssen nur halt irgendwann kommen. Und am besten in der richtigen, passenden Reihenfolge. Hätte ich die Gier vorhin schon gehabt, wo ich noch gar keine Helden hatte, hätte ich die wahrscheinlich weggeschmissen. Jetzt spät sind die natürlich gut für Prinz John. Aber vielleicht wäre Schicksal besser gewesen. Ich gehe hier rüber. Ich erhalte ein Machtchip. Ich kann eine Karte bewegen. Ich bewege ihn hier rüber. Ich spiele mal ne Karte aus. Die Krone. So. Und jetzt habe ich meine Siegbedingungen quasi erfüllt. Ich muss sie aber in Runde halten. Das heißt, Dave hat jetzt noch die Chance, irgendwas dagegen zu tun. Was auch immer er dagegen tun möchte. Ich ziehe einfach mal ne Karte nach und harre meine Dinge, die da kommen. Also erstmal die Bedingung kann auf jeden Fall ausgespielt werden. Da brauche ich auch nicht irgendwie so ne Kartenaktion für. Das heißt, da gibt es drei Machtchips für. Er muss es auch zum Beginn seines Zuges haben. Das heißt, er sitzt ja bei 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sogar schon. Also geht es doch hinten raus ziemlich schnell. Aber alles, was Prinz Jon jetzt wirklich noch tun kann, um zu verhindern, dass ich gewinne, ist hier rüber gehen. Er kann auch so Nashörner hinschmeißen für 3, weil das ist jetzt eigentlich auch egal. Und dann kann er einmal Schicksal spielen. Das heißt, er zieht hier 2 Karten. Ziehe beim Aufspielen von Prinz Erik einen Helden zu einem beliebigen Ort und eine Schlosschip. Bringt nichts. Beim Aufspielen von Grimsy darfst du den Schlosschip entweder zu Ursula's Höhle oder zum Palast ziehen. Bringt auch nichts. Kann hier hingelegt werden. Dann ist der Palast zu und der liegt hier. Aber das war dann auch schon Prinz Jon ganzer Zug. Ich bin dran. Ich habe die Siegbedingungen erfüllt. Zu Beginn des Spielzugs müssen sich der Dreizeck und die Kronen in Ursula's Höhle befinden. Zack, gewonnen. Und das war jetzt eine Partie Villainous. Es gibt, wie gesagt, noch vier andere Schurten, die sich auch alle anders spielen. Also hier hat man es jetzt nicht ganz so gemerkt, aber der sammelt halt einfach immer für gefühlt alles Geld. Das lief jetzt schon ein bisschen komisch, aber es kommt halt auch mal ein bisschen darauf an, welcher Bösewicht spielt gegen welchen Bösewicht. Der ballert ihn halt mit Schicksal zu. Andersrum war das nicht der Fall. Das heißt, in anderen Konstellationen, wenn es hier auch einen Bösewicht gegeben hätte, der vielleicht nicht ganz so oft Schicksal gemacht hätte, um sein Spielziel zu erfüllen, weil das an diesen Orten ist, dann wäre das hier vielleicht auch ein bisschen entspannter gewesen. Dann wäre er schon viel eher durch sein Kartendeck durch. Hätte schon viel mehr Geld gesammelt. Hätte schon viel früher gewonnen. Die erzählen alle so ein bisschen die Geschichte von ihrem Film nach. Hier so Helden mit Knebelverträgen besiegen. Können wir euch Tritt und den Dreizack besiegen. Das ist bei den anderen Helden halt auch so. Das war einmal eine ganze Partie zu zweit Villainous. Guckt euch einfach mal mein Rezensionsvideo an, also mein Fazitvideo, das auch noch kommen wird. Da rede ich dann so ein bisschen, wie das alles so ist. Ihr habt euch jetzt, denke ich, ganz gut selbst einen Eindruck bilden können. Das war es von mir. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich sage bis bald und tschüss. 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 Vielen Dank.